und dabei hallo und herzlich willkommen auf unserem kanal erklärungsnot mit meiner wenigkeit dem halle die in diesem schönen spiel sanke nennt ja es wurde sich beschwert und das zurecht wir haben ein tutorial video gemacht über das bauen wie man zwei etatische bauen kann kam im schnitt nicht ganz so gut an weil wir es nachts aufgenommen haben und viele leute geschrieben haben oder was heißt viele leute an geschrieben dass halt auf dem handy nicht unbedingt gut ersichtlich ist und warum man das dann machen würde nachts und auch old dead gaming hat geschrieben dass wir das öfter machen würden und er das nicht so cool findet weil man dann nicht so viel sieht so jetzt muss man fairerweise zur verteidigung sorgen wenn wir das in der aufnahme sehen wir haben wir den zwei bildschirm und auf der rechten seite dann die aufnahme ist es immer so dass es geht und beim letzten video hat der klunker auch gesagt wir müssen uns beeilen es wird langsam dunkel und deshalb habe ich gedacht wir ziehen es jetzt schnell noch durch aber wir möchten uns natürlich dafür entschuldigen weil wir wollen euch natürlich auch unterhalten und wenn das nicht gegeben ist weil wir aufnehmen wenn es dunkel ist und was auf dem handy nicht gut sie tut uns leid wir gucken es auf dem pc an und da sieht es halt meistens gut aus aber das stimmt man müsste es auch mal auf dem handy kontrollieren deshalb mache ich einfach jetzt noch mal und das jetzt früh fast fast pünktlich 8 uhr das durfte hell genug sein durfte man auch genug zeit haben um das thema jetzt noch mal aufzugreifen ja denn jemand hat gefragt wie kann man denn in dem spiel oder kann man überhaupt zwei etatische bauen und ja das geht ist aber nicht ganz so einfach weil das problem in dem spiel ist das spiel gibt ja gewisse dinge eben noch vor normalerweise müsste man eine foundation auf die andere setzen können das wäre eigentlich ganz cool gemacht geht aber nicht denn das hat man ja schon oft besprochen die foundation dient immer als grundplatz was bedeutet sie wird sich immer einen weg bis auf den boden suchen egal wie hoch ihr sie setzt das ist egal aber sie wird immer bis auf den boden runtergehen demzufolge kann man natürlich auf die foundation keine zweite foundation draufsetzen weil die müsste ja auch wieder in den boden reingehen das geht ja nicht weil die erste dort steht das wird also quasi blockiert vom spiel selbst man kann aber dann ins menü gehen aufbauen und oben aufs haus und dann wenn er weiter runter scrollt seht ihr schon wir nehmen jetzt in diesem beispiel mal die holzpfeiler und die können wir dann setzen machen wir jetzt auch mal zack zack so je nachdem wie viele foundations ersetzt dementsprechend viele holzpfeiler braucht ihr also es reicht jetzt nicht hinten und vorne zwei zu setzen also vorne zwei zu setzen in der mitte die weg zu lassen würde ich nicht empfehlen weil das funktioniert nicht so gut wie ihr gesehen habt können wir dir auch noch eine etage höher setzen und noch eine und noch eine und noch eine nur kriegt man dann das problem dass man nicht mehr hoch kommt weil das ist in dem spiel ja so ihr habt treppen oder leitern und die leitern sind aber auch mal eine foundation höhe so und die sind natürlich ihr könnt sie nicht unendlich aneinander stapeln wenn wir das gemacht haben gehen wir wieder auf bauen gehen wieder auf das haus und dann können wir hier den holzboden bauen das ist halt das was ich am anfang auch nicht verstanden habe denn den boden kannst du nicht auf den boden setzen wie in vielen anderen spielen als abdeckung oder optik dafür gibt es ja die tapeten sondern als dach wir können den als dach nutzen so wenn wir das gemacht haben dann können wir hier oben drauf weiter bauen aber auch wenn wir oben drauf weiter bauen wollen müssen wir wieder pfeiler setzen wenn wir dann sagen wir wollen ein haus bauen dann können wir zwischen den pfeilern das ist vom spiel so vorgegeben natürlich auch holzwände ich nehme jetzt holz nur als beispiel das geht mit eisen genauso oder stahl oder verstärkte wände geht genauso können wir dann hier dazwischen setzen und dann können wir uns quasi ein komplettes haus bauen so wie es viele sehr wahrscheinlich auch machen wollten und es nicht geht weil man davon ausgeht dass man ja bei einer foundation eben nicht nur unbedingt was braucht man muss nicht unbedingt im boot nehmen man kann auch das dach nehmen da ist sehr interessant da möchte ich darauf hinweisen solltet ihr ein dach bauen wollen dann nehmen trotzdem im moment noch das holzdach auch wenn es komisch klingt denn das eisendach ist leider schwächer als das holzdach was ich nicht verstehe ich glaube das ist einfach ja das müsste man einfach mal patchen ich glaube das ist ein fehler das ist einfach umgedreht normalerweise glaube ich dass das holzdach 400 verteidigung hätte das metalldach hat die 1000 denn ich weiß gar nicht wo es war umgedreht klappt es ja auch wenn man jetzt zum beispiel auf die wand geht metallwand zum beispiel die hat 2000 verteidigung und eine holzwand jetzt finde die hat nur 1000 da passt zum beispiel wieder auch bei allen anderen passt das ist nur nicht ob bei der foundation ist jeder die hat mehr und so weiter und so fort nur bei dem dach ist es irgendwie umgedreht ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass ein metalldach weniger verteidigung haben soll als als holzdach ist mir also ich würde jetzt nicht verstehen da kann man natürlich solche treppen bauen und da hat sich auch schon einer beschwert und das zu recht die sind einfach ja es ist schön dass sie drin sind aber die sind einfach salopp gesagt scheiße weil du kannst hier nicht wirklich gut setzen du kannst jetzt auf den boden setzen und in der höhe wenn wir aber zwei tauschen bauen kommt ja hier nicht hoch wir können sie aber dazu als als zwischen ja im zwischenboden sozusagen setzen ich mach jetzt mal einfach ganz beschissen ist ja egal so wir können die jetzt hier hinsetzen da kann man ja hochgehen und dann müssen wir natürlich das dach wieder wegnehmen und dann haben wir hier oben quasi die nächste ebene das würde gehen aber von außen geht es nicht da müsst ihr dann leitern setzen so bämm kann man leider setzen ja das war das war richtig intelligent interessant ist das trotzdem geht aber ist egal und da kann man dann hochklettern an der seite sozusagen wenn wir jetzt die holzdreppe gesetzt haben können wir natürlich dann dort auch wieder eine einfach weiter machen mit dem mit dem holzboden das geht ihr seht aber noch einen kann ich nicht reinsetzen hier geht weil da ein pfeiler noch steht also überall wo ein pfeiler steht könnt ihr noch einen reinsetzen na links rechts das gibt das würde jetzt gehen in dem moment aber ich kann hier nicht nach vorne weiter bauen geht nicht mehr und ich kann auch hier oben drauf jetzt keine foundation setzen sollte das jemand fragen oder das ja vielleicht vorhaben kann ich den zorn ziehen das geht nicht weil wie gesagt foundation immer als bodenfundament zählt also das ist halt noch ein bisschen finde ich sollten sie mal ändern weil das ist nicht so geil eigentlich und man kann auch den pfeiler nicht auf den boden setzen du brauchst schon eine foundation als als grund also das ist schon so peu a peu aufgebaut gibt es ja in vielen anderen spielen nicht bei ground ist zum beispiel kann du die säulen gleich auf den boden setzen oder auch arg und so weiter oder teilweise diese normalen holzwände auf den boden setzen das geht hier nicht ihr müsst unbedingt eine foundation setzen bevor ihr normale holzwände setzen könnt oder eben eisenwände eisenfenster eisentüren holztüren holzfenster und so weiter rahmen genauso wie die glaswand und so weiter die braucht immer eine foundation ansonsten funktioniert es nicht ihr könnt ihr nicht einfach auf den boden setzen das funktioniert nur mit den mit den na wie heißt es genau metall ab oh das haben sie glaube ich auch umgenannt abwehrwand ja ich glaube sie ist früher plus metallwand die metall abwehrwand und das sagt auch der normischer das ist eine abwehrwand also wie so ein wall und den kann man einfach irgendwo auf den boden setzen wie da hinten zum beispiel zu sehen bei uns das machen wir auch oft aber das ist natürlich höher als normale wand also wenn man sich etwas schönes bauen will ein schönes haus oder irgendwas dann müsste das so machen und um zwei tauschen zu bauen wie gesagt baut die foundation baut dann die pfeiler egal welche stärke wobei ich euch bei den pfeiler definitiv nur holz empfehlen würde er hat einfach den grund ihr könnt ja außen verstärkte stahlwände ran machen und da sind die pfeiler eigentlich geschützt na also selbst bei einem angriff müssten die erstmal die pfeiler treffen das ist ja eigentlich quatsch das wird wohl nicht passieren und auch im haus drin sieht eine holztreppe finde ich schöner aus als eine eisentreppe bis jetzt wobei eisen auch gut zum thema passt genau da kann man hier einfach weiter bauen wir können wie gesagt natürlich auch eine ganz normale dächer drauf bauen machen jetzt einfach mal eins ich glaube hier geht noch eins hin genau das kann man natürlich genauso machen also kann man auch können auch drehen und so weiter und so fort wie ihr das gerne hättet und auch darauf können wir dann weiter bauen mit mit pfeiler darauf können auch wieder pfeiler setzen beziehungsweise werden die automatisch arretiert an den alten teilern die wir gesetzt haben müssen aber es ist natürlich müssen aber das wollen weil so zum beispiel würde er gehen wenn wir jetzt hier noch eine terrasse einbauen wollte oder keine ordnung wie kreativ das sein möchtet aber hier drauf zum beispiel macht ja nicht viel sinn weil ihr links rechts die schräge habt das heißt wenn ihr jetzt zwei ich mache es zeigt euch einfach mal was ich meine zwei dächer baut zum beispiel so dann habt ihr immer eine coole in der mitte das sieht ja blöd aus finde ich ja warum das auch interessant hier zum beispiel kann man kein dach draufsetzen aber wenn wir zwei pfeiler haben kann man auch ein gerades dach drunter setzen und dann noch mal ein dach drauf was das von sinn hat weiß ich nicht macht meinen augen keinen sinn außer dass halt diese ja gut ihr habt die hohlräume nicht mehr die sind dann zu ne also es ist eine optik sache einfach nur könnte dort zum beispiel kabel reinlegen und dann dort oben im dach kabel verlegen und dann einfach zur 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 optik könnt ihr dann die platten drauf legen aber wie gesagt das geht glaube ich nur wenn wenn die pfeiler und da geht es ja auch nicht weiß ich nicht was jetzt zufall dass es ging okay zufall probieren wir noch was leute wenn wir einmal dabei sind wir reißen das wieder weg bauen erst das brett hin dann macht das mit dem kabel legen die jetzt nicht mehr so viel sind aber weil das war cool gewesen und ja hätte reinlegen können okay es war keine ahnung warum der das jetzt hier angenommen hat verstehe jetzt nicht vielleicht wegen pfeiler oder was kann ich euch nicht erklären auf jeden fall ist jetzt ja es geht nicht also ihr könnt nicht auf einem normalen dach oder auf normalen glatten boden noch mal normales dach setzen das geht nicht das hat er jetzt hier angenommen ich dachte jetzt auch das geht habe ich auch nicht probiert vorher aber schön dass man es mal rausfindet das geht nicht aber könnten jetzt hier ansetzen und noch ein dach überbauen wie gesagt ihr könnt immer so weit bauen wie die pfeiler reichen also wenn es muss wenigstens eine seite auf einem pfeiler aufliegen das danach dann nicht mehr da könnt ihr doch wie so ein kleines überdach oder wie so eine kleine überdachung machen da braucht ihr quasi keine keine abstützung aber ihr könnt nicht noch eins nach vorne setzen das geht nicht ja leute und so könnt ihr zwei etage bauen oder mehr etage ist das ist ja nicht nur zwei etage ich das ist ja auch mehr etage ich ganz lustiges wort ne umso öfter man sagt umso bekloppter klingt wir können jetzt ja wie gesagt einfach dann noch ein paar pfeiler sind draufsetzen zack und könnt dann oben wenn wir wollen noch mehr pfeiler draufsetzen oder sagen so das reicht uns jetzt haben wir wieder ein dach dann müsste halt nur die fläche einkalkulieren dass auch mit der treppe hochkommt oder baut euch einfach eine leiter hin das geht ja genau so ne treppe ist immer treppe ist auch mal von der foundation quasi also das soll schon so eine zwischentreppe sein das ist nicht so ganz für außen gedacht es sollte schon so eine zwischentreppe sein dass immer die foundation also wenn du eine foundation setzt auf die foundation der treppe ist das immer die höhe der pfeiler die treppe ungefähr so kann man sich das vorstellen das heißt das für außen jetzt nicht unbedingt geeignet aber wie gesagt man hätte ja zur not die leider die passt ja auch perfekt eine höhe von den von den pfeilern und also ich hab's noch nicht hingekriegt aber vielleicht geht's ja leute weil wie gesagt diese fixpunkte sind manchmal ein bisschen crazy sieht echt lustig aus die bude ne wir können jetzt nicht eine leider noch drunter setzen das geht auch nicht also wir können jetzt von der eine tauschen die andere könnten wir gehen aber können jetzt nicht unter der leider noch einen leider setzen dass das funktioniert leider auch nicht finde ich auch ein bisschen schade dass man die nicht übereinander setzen kann es ist immer ein faszinosum wenn ich was sorge so jetzt auch wieder die frage hier habt ihr ja zwei pfeiler links und rechts als stütze und oben boden und unten der foundation so das heißt die leider kann hier weiter runter gebaut werden und kann auch hier noch eins weiter hoch gebaut werden dann kann ich noch eins hoch ich guck mal ne weiter hoch geht es nicht mehr okay weil du wieder die fixpunkte brauchst auf der seite ist es nicht so wir haben hier unten drunter keine pfeiler und keine foundation das heißt es gibt keine offizielle boden verbindung laut dem spiel wie gesagt da kann man sie jetzt überstreiten und damit zur folge kommen keine leider anbauen wenn wir aber jetzt zum beispiel kann man das ich glaube aber das geht auch nicht weil man ja hier wie gesagt nicht in den punkt erwischen ja halt interessant zu wissen wenn man jetzt den pfeiler nach unten verlängern würde einfach ich nehme den mal hier ich kriege auch den punkt nicht seht ihr ja ich wollte es einfach von oben aus dem pfeiler nach unten machen das geht ja auch manchmal dass das als fixpunkt zählt und reicht für die statik damit ihr hier einfach den pfeiler und baut für die optik und das würde reichen aber es geht eben nicht ihr müsst zwangshafte foundation drunter setzen ansonsten funktioniert das mit der leiter halt auch nicht also das heißt wenn du leitern setzen wollt wie gesagt hier kann meine setzen aber unten drunter dann nicht mehr weil ja keine foundation unten drunter ist genau und so könnt ihr euch ein ganz lustiges haus zusammenzimmern wenn ihr das möchtet wir haben jetzt darauf verzichtet weil ich finde dieses offene konzept in dem spiel mal tatsächlich ganz cool ich liebe das in den zwei kräften games mehr ein haus zu bauen werkstatt zu haben und so ein schnulli finde ich immer ganz geil habe ich aber eigentlich in jedem survival game gleich gemacht und in diesem spiel ist es echt das erste mal dass ich sage ne dieses offene konzept finde ich ganz cool und es passt ja auch gut zum spiel und man braucht ja auch nicht wirklich und deshalb haben wir das einfach so gemacht aber für alle hoffe ich konnte ich die frage beantworten und ich hoffe dass es jetzt auch gut sichtbar ist auf dem handy wie gesagt die tonprobleme kriege ich nicht los es tut mir immer noch leid das ja können wir gerne weiterhin schreiben aber wir haben alles versuchten auch selbst beim klunker da hat auch eine sehr gute technik zu hause was die aufnahme angeht ist es leider genauso wir werden laut und leise in dem spiel wir können sie es nicht erklären ob das mikrofon nicht harmoniert mit dem spiel oder was ich weiß es nicht der einzige da gleich laut bleibt es eigentlich der speedy da hat ein headset mikrofon wir haben einen tischmikrofon also standmikrofon und ja das kann sein dass das nicht irgendwie harmoniert aber bei allen anderen spielen funktioniert es einwandfrei aber hier irgendwie will es nicht kann man leider nicht ändern es tut uns leid ich hoffe wir können uns das verzeihen wo das ist trotzdem alles hörbar gewesen und gut erklärt sollten noch fragen aufkommen dann bitte schreibt sie einfach in die kommentare noch anmerkungen solltet was vergessen haben dann auch sehr gerne die kommentare ansonsten ja bedanke ich mich wieder fürs zusehen hoffe ich konnte euch helfen und sage bis zum nächsten mal schön mit